Das ist mein Schwein mit meinem Hund Pippa. Was macht dieses Schwein da auf dem Hund? Ich fand, dass es ein bisschen obszön aussieht, das Bild. Mein Hund ist das erste Mal in einen Elektrozaun gelaufen und hat sich furchtbar erschrocken und hat dann apathisch dort auf dieser Matratze gelegen und wollte es nicht mehr bewegen. Und das Schwein hat den Hund getröstet. Echt? Wir spielen auch immer zusammen, das ist lustig. Ja, man hat ja hier, guck mal, also irre. Du gehst sogar mit ihm spazieren, ja? Ja, ja, ich geh mal mit Schwein Gassi. Das ist wie ein Hund, mein Schwein. Der hört wie ein Hund, der macht sogar Sitz, macht die Kreta, der macht platt. Die ist total verkuschelt. Ist auch viel reiner als Hunde, weil die wälzen sich nicht in Scheiße oder in irgendwelchem Ars. Aber die Kreta duscht jeden Tag. Immer wenn ich den Garten gieße, kommt sie und will geduscht werden.